Trennung Sängerin Marina Marx ist Single. Sie galten als Traumpaar und haben die Schlagerbranche mit frischem Wind bereichert. Doch nun soll es aus sein zwischen Carsten Walter und Marina Marx. Auf Instagram verkündete das Paar, dass sich 2021 verlobt hat, sein Liebesaus. Der Grund für die Trennung ist die Entfernung und die Jobs. Denn Marina lebt in Ulm und Carsten in Berlin. Außerdem hat Carsten eine Rolle in einer Reality-Show bekommen, wodurch sich die beiden deshalb noch weniger sehen konnten. Marina hingegen verfolgt nach wie vor ihren Traum, hauptberuflich Sängerin zu sein. Zuletzt war sie beim Schlagerboom mit Florian Silbereisen zu sehen. Die Trennung hat sich ohnehin schon angeahnt, zumal Carsten bereits im Sommer alleine in den USA Urlaub ohne seine Liebste gemacht hat. Wir wünschen den beiden dennoch alles Gute und wer weiß, vielleicht finden sie ja in Zukunft wieder zueinander. Seid ihr Team Marina oder Team Carsten? Abonniert den Kanal für weitere Schlager-News.